So, Heuler, unser Angriff sinkt noch weiter, wir machen noch weniger Schaden und werden jetzt ungefähr noch 4 Pfund brauchen, 4 Pfund, ähm, 4 Pfund Attacken brauchen, um das Zickzacks zu besiegen, das war die dritte, äh die zweite, die zweite, es sind doch nur drei, okay, gut, hm. Ich hab gesagt 4, ha, verdammt, ich widerspreche mir hier halt selber, so, haben wir das Zickzacks auch im Sack, alles cool, alles cool, alles easy, so, dann haben wir den schon mal besiegt, jetzt wartet hier hinten noch eine nette Trainerin auf uns, da gehen wir aber erstmal aus dem Weg, weil wir nur noch einen einzigen Trank haben, alle unsere Pokémon, ich hab noch nicht den Zerschneider, äh, alle Pokémon relativ low Leben haben bei uns und wir uns noch mit den beiden auseinandersetzen müssen, wir nehmen Doppelkampf und wir kämpfen jetzt mit Gagaba und Lothurzel, Lothurzel Level 3, mit 6 HP. Hey, hey. Ja, die haben auch einen Lothurzel, Hammer. So, dann ziehen wir mal ein Ruckzuck über das Fluturzel und ein Erstauner auf das Amurzel. Und wieder Heuler, unser Angriff sinkt. Achso, was ich ja noch nicht gesagt habe, ich werde überhaupt nicht auf Attacken wie Heuler, Härtener oder sonst irgendwas achtnehmen. Ich spiele Pokémon einfach mit dem Prinzip voll drauf, alles was geht. Alles an Attacken raushauen, was geht. So spiele ich Pokémon. Und es wird sich auch glaube ich nicht ändern während diesem Let's Play. Ja, unser Lothurzel ist gleich am Arsch. Es schreckt zurück. Ja, das Amurzel wird jetzt hier gleich richtig einen raushauen, wenn es jetzt hier mit seiner Geduld um die Ecke kommt. Das war's für unser Lothurzel. Das holen wir dann jetzt mal raus. Das ist der noch am stärksten. Ja, das zickt das eigentlich. Das 4-4-1 ist aber vom Level an sich am höchsten. Ne, das knillst. Ach, jetzt ist es zu spät. Samurzel erzeugt Energie gegen Gag-Arbor. Wow! Das hat mein Gag-Arbor gewone-hitted. Zickzacks raus. Das hat noch am meisten HP. Oh, Leute, das könnte echt schwierig werden jetzt. Wir könnten jetzt echt verlieren. Hoffentlich schreckt das Fifi ja nicht zurück. Hoffentlich schreckt das Fifi ja nicht zurück. Oh, Glück gehabt. Ja, mal sehen, ob wir das Amurzel schaffen. Äh, das Lothurzel. Das könnte jetzt echt anstrengend werden. Beziehungsweise knapp. Wir haben nämlich nur Tackles und draufgehen. Das sollte eigentlich passen. Ach, sollte schicken. Doch, doch, doch. Oh, da habe ich ja gerade echt fast Angst gekriegt. Okay, nochmal zwei Tackle rausgehauen und dann sollte es das auch für Lothurzel gewesen sein. Ja, es versucht sich noch mit einem letzten Heuler zu retten, aber das wird auch den Angriff von Fifi nicht mehr so weit sinken lassen, dass der Tackle es nicht besiegen wird. So, dann sollte jetzt mein Fifi auch noch ein Level-Up haben eigentlich. Denke ich mal. Jawohl, erwarte ich mal fest. Jawohl. Level 5. Fifi ihn schon mal. Und es erlernt Jaula. Okay, es hilft mir nicht viel. So, wir besiegen diese beiden Trainer. Doppelkampf. Der erste Doppelkampf. Ah. So, und dann geht es jetzt ab rein nach Metaros City. Yay. Und wir begeben uns einmal direkt ins Pokémon Center und schmeißen jetzt die Pokémon, die wir nicht im Team haben wollen, ins Lagerungssystem. Und heilen aber auch gleich nochmal vorher alle. Und dann bekommen wir gleich noch unseren Poké-Nav und so weiter. Poké-Navigator. Ist, denke ich mal, die Abkürzung dafür. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So, zu jemandes PC. Pokémon-Lagerungssystem geöffnet. Und wir legen ab. Turze legen wir ab. Wir legen Zick-Zachs ab. Wir legen Wampel ab. Und wir legen Knills ab. Ja, wir wollen die Box nicht weiter bearbeiten. Und wir sind fertig. So, jetzt gehen wir mal hier raus und gucken, ob wir uns hier weiter oben... Ist nämlich auch nochmal eine Ecke hohes Gras. Ob wir uns da jetzt meintlich in Schwabini fangen können. Erstmal müssen wir natürlich jetzt noch dem Typen hier von Devon helfen. Der ist noch nicht da. Müsste der jetzt nicht hier stehen? Hier stehen und sich beschweren, dass... ... sein Paket geklaut wurde? Haben wir hier jetzt einen Bug? Im Emulator? Hä? Ich bin verwirrt. Hey, Moment. Also jetzt, nehm mal ernsthaft, wenn wir jetzt... ...hier sind... ...und hier hochgehen... ...nach hier... ...müsste hier eigentlich der Kerl stehen, den wir eben im Blütenburg-Wald gerettet haben. Und er müsste sowas sagen wie... ...blabla, Team Aqua, blabla, meine Sachen geklaut, blabla, hilf mir, blabla. Warum ist das nicht so? Dadurch kriegen wir den Pokénef. Ich brauch meinen Pokénef. Oh, oh. Mir schwandt Übles. Oh, nö. Ach, wir schauen mal. Wir fangen uns einmal das Flomel hier. Naja, dein Aufruhr hilft dir auch nicht. Obwohl er relativ viel Schaden macht, erstaunlicherweise. Erstaunlich, erstaunlich. So, wir werfen den normalen Pokéball. Haben wir ja auch nur noch drei Stück von. Ha. Oder steht der Typ Erster, wenn ich mit der Arena durch bin? Boah, ich hab keine Ahnung. Echt nicht. So, Pokédex-Eintrag für Flormel. Es schreit so laut wie ein Düsenjet. What the fuck? Flormel atmet durch seine Hörkanäle ein und kann daher kontinuierlich schreien, ohne Luft zu holen. Alter. Kranke Scheiße. Nein, ich möchte Flormel keinen Spitznamen geben. Schrei, als würde er passen. So, wir heben Schutz auf. Und legen uns mal mit dem Trainer hier an. Wieder so ein Käfer-Pokémon-Trainer. Ja. Haben wir ja auch noch nicht genug von bekämpft heute, ne? Ist ja nicht so, dass das irgendwann mal langweilig wird, ne? Käfer-Sammler Eros. Mit einem Waumpel-Level 8. Das Waumpel-Level 8 wird nicht lange Freude haben. Wir haben nur noch 4 Level, dann entwickelt sich ja auch schon unser Gag-Arbor zu einem Rep-Teil. Ah. Sobald wir dann den Rep-Teil haben und Fifi-Yen noch mindestens auf Level 10 gebracht haben, gehen wir auch in die Arena. Und machen... F-Felicita heißt sie, ne? F-Felici... Feliz Navidad. Ah. Feliz Navidad. Die Vergiftung von Gag-Arbor wurde geheilt. Waumpel setzt Tackle ein. Ey. Es ist echt scheiße mit einer verstopften Nase und einer Erkältung. Let's Play aufzunehmen. Mann. Ich muss mich als zwingend nicht zu husten. Ähm. Ich hoffe, das ist bis morgen besser, ey. Morgen mal ein bisschen was aufnehmen. Ja, aber jetzt drei Wochen Ferien. Kann ich Folgen aufnehmen. Bis nächstes Jahr. Nein, ich glaube, das funktioniert nicht. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Obwohl. Könnte das funktionieren? Könnte das funktionieren? Haha. So, das erste Pokémon von ihm haben wir besiegt oder hat er nur eins? Weiß ich nicht. Ich glaube, er hatte mehrere. Ja, einen Encada hat er noch. Ich werde nicht mein Pokémon wechseln. Ich bin er denn. Wir müssen immer heben. Wir müssen schwimmen. Wir müssen ab, wenn wir es wi-fi-fi-fi-flüss. Wir müssen uns abhängen. Wir müssen uns abhängen. Wir müssen uns abhängen. Zweimal Kritte hintereinander, was geht? Ihr Gabo ist ein freaking Ninja. So, und wir besiegen auch diesen Käfersammler. Ist ja nicht der erste heute. Am Anfang kriegt man immer zu wenig Kohle für die Kämpfe. So, und ich glaube an dieser Stelle, ich stelle die hoch, bevor die mich auch noch zum Kampf ausfordert, weil an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal nochmal einen kleinen Schnitt, weil ich nehme jetzt gleich noch was anderes Schönes auf. Davon werdet ihr bald auch eine schöne Folge sehen. Das ist nämlich ganz brandneu, das Spiel. Brandneu. Und ich würde sagen, macht es erstmal gut. Haut rein und so weiter. Man sieht sich.